Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit dir mal über die Schattenseiten des Unternehmertums sprechen. Nämlich hier auf YouTube wird immer eine sehr schöne, eine fast schon romantische Sicht auf das Unternehmertum geliefert und das ist es natürlich bis zu einem gewissen Grad, bloß ein Großteil des Unternehmers sein, ist natürlich auch einfach damit verbunden, dass du sehr, sehr viel arbeiten wirst, dass du sehr viel Verantwortung hast und dass diese Verantwortung einfach nicht verschwindet. Ich weiß, dass viele Unternehmer daran kaputt gehen. Ich hatte selbst auch schon mal eine Zeit natürlich, wo es für mich sehr, sehr hart war und ich würde gerne einfach mal mit euch zehn Dinge teilen, die euch viele Unternehmer verschweigen, weil es einfach kein schönes Thema ist, über das man so auf YouTube sprechen kann. Aber gut, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Dieser ist noch der einfachste bzw. am wenigsten unschöne, nämlich sehr viel Arbeit. Gerade am Anfang, wenn du dein Unternehmen startest, wirst du extrem viel arbeiten müssen und du wirst dich auch immer vergleichen mit anderen Leuten. Beispielsweise wirst du jetzt 10, 12, 14 Stunden am Anfang arbeiten und wirst auf einmal weniger verdienen als die Person, die möglicherweise in einem ganz normalen Job drin ist. Und du fragst dich, warum mache ich das Ganze überhaupt? Ich bin ja völlig deppert. In den meisten Fällen ist es aber so, dass im Long Term natürlich du sehr, sehr viel mehr Geld verdienen wirst, als eine Person, die kaum, sag ich jetzt mal, Chancen hat, auf der Karriereleiter nach oben zu steigen. Und selbst wenn eine Person in einem Arbeitsverhältnis die Karriereleiter nach oben steigt, ist es meist so, dass du, also ich kenne kaum Branchen, wo du jetzt mehr als, sag ich jetzt mal, fünf, sechs, sieben netto verdienen kannst. Da musst du wirklich schon in einer sehr, sehr profitablen Branche sein, um da überhaupt, sag ich jetzt mal, überhaupt in diese Richtung kommen zu können. Aber wie auch immer. Also am Anfang ist es sehr, sehr viel Arbeit. Du wirst extrem viel Arbeit investieren müssen und wirst dich höchstwahrscheinlich auch einfach mal fragen, warum mache ich das Ganze? Im Long Term ist es das aber meist wert. Denn der zweite Punkt ist, jeder will sein Geld haben. Und es ist tatsächlich so. Ich meine, das hört sich jetzt vielleicht etwas überspitzt an, bloß es kommt wirklich darauf auch an, wie man sich brandet. Ich habe öfter mal darüber nachgedacht, ob ich zum Beispiel einfach mal in irgendwelche teuren Wertsachen investieren sollte und ob man vielleicht auch mal wirklich so eine Person ist, die sich zum Beispiel hinstellt, sei es von einer Facebook-Ad oder was auch immer und sagt, ey, das ist mein Lambo, das ist mein Haus und so weiter und so fort. Glaub mir, das werde ich niemals tun und ich habe es auch nicht vor. Übrigens, ich habe auch kein Lambo, ich habe auch kein tolles Haus mir gekauft. Also wirklich, da müsst ihr jetzt keine Sorgen haben, dass ich eines Tages einer von diesen Personen werde. Bloß gerade, wenn du dich natürlich so brandest, wenn du so praktisch sagst, mein Lambo, mein Haus und so weiter und so fort, kommen natürlich Leute auch in dein Leben, die einfach nicht das Beste von dir wollen. Genau deswegen habe ich mir persönlich immer selbst geschworen, dass ich die Freunde, die ich schon seit der Schulzeit habe, weiterhin behalten werde. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich nehme keine neuen Freunde mehr an, in Anführungsstrichen, ich nehme keine neuen Leute in meinem Leben mehr auf. Nein, aber natürlich muss man sehr, sehr selektiv sein. Und gerade wenn du halt sehr erfolgreich wirst, kann es gut sein, dass nicht nur irgendwelche Leute in dein Leben kommen, die vielleicht hier vorher unbekannt waren, sondern dass auf einmal dich deinen Nachbarn anhauen für Geld. Das war zum Beispiel in meinem Fall so, dass er immer gesagt hat, na, Leon, du verdienst doch so viel Geld, willst du uns nicht ein bisschen was geben, wir brauchen derzeit. Und das ist dann halt irgendwann die Falle, in die man reintappen kann. Zum Glück bin ich nie in diese Falle reingetappt, aber jeder will halt praktisch dein Geld. Nämlich, es wird einige Leute geben in deinem Leben, die zum Beispiel Freunde mit dir werden, nur weil du zum Beispiel sehr viel Geld hast. Es wird andere Leute geben, die dich anhauen für Geld. Es gibt sogar Leute, ich glaube, ihr wisst, was das sind, so Gold-Digger, in Anführungsstrichen, meist halt vom anderen Geschlecht, die dann vielleicht auch praktisch daran Interesse hegen. Hatte ich tatsächlich auch schon. Zum Glück habe ich mich, wie gesagt, nie auf etwas eingelassen. Und vor allen Dingen natürlich auch, nicht vergessen, wenn du erstmal viel Geld hast, musst du natürlich auch sehr viel Steuern zahlen. Das heißt, es ist so, auch in Deutschland gerade, dass man zumindest als Unternehmer so ein bisschen das Gefühl hat, dass wenn du sehr, sehr gut verdienst, der Staat natürlich noch viel mehr hinter dir her ist und probiert hat, möglichst viel Geld aus dir rauszuziehen. Das ist vielleicht meine subjektive Einschätzung, was das Ganze angeht, aber ich denke, viele von euch werden mir da vielleicht auch zustimmen. Gut, dann der dritte Punkt ist natürlich Zweifel. Sehr viele Unternehmer zweifeln. Gerade am Anfang werdet ihr sagen, mein Gott, warum mache ich das Ganze? Hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass ihr sehr viel arbeitet, sehr wenig rausbekommt. Und irgendwann denkt ihr euch, mein Gott, die anderen Leute, die haben jetzt zum Beispiel schon seit 10 Jahren einen guten Job, haben sich ein Haus gekauft, haben vielleicht eine Familie gegründet oder in meinem Alter ist es so, die haben gerade ihren Bachelor gemacht oder fangen jetzt gerade mit dem Master an und vielleicht haben sie Dinge erreicht, die du nicht erreicht hast, aber diese Zweifel werden nicht so schnell weggehen. Irgendwann sind diese Zweifel dann aber weg, wenn du genügend Geld verdient hast beziehungsweise wenn du einfach das erreicht hast, was du dir immer erträumt hast. Zum Beispiel auch die Ortsunabhängigkeit ist meistens eines der größten Ziele, das man haben kann. Nämlich nicht vergessen, zum Beispiel die Leute, die halt jeden Tag im Beruf sind. Das ist nichts Schlimmes. Ich sage ja auch immer, ich urteile nicht über die Entscheidung von anderen Leuten. Bloß das Problem ist, wenn praktisch eine Person von morgens bis abends diesen typischen 9-to-5-Job hat, dann ist es halt sehr, sehr schwer, einfach mal zu sagen, so, ich nehme jetzt mal drei Monate Zeit und gehe mal ins Ausland. Und danach verbringe ich nochmal sechs Monate irgendwo an einem schönen Ort. Und diese Möglichkeit hast du natürlich als Unternehmer, wenn du dir ein ortsunabhängiges Unternehmen aufbaust. Nicht vergessen, du hast natürlich aber immer noch diesen ganzen organisatorischen Rahmen. Nämlich meine Arbeit besteht ja auch nicht nur darin, YouTube-Videos aufnehmen, Kurse aufzunehmen und so weiter und so fort, sondern auch Buchhaltung zu tätigen, meine Steuern zu zahlen und so weiter und so fort. Das heißt, es sind sehr viele Dinge, die ich auch noch hinter den Kulissen machen muss, damit ich überhaupt erst mein Unternehmen weiterführen kann. Dann der vierte Punkt ist natürlich kein Auffangnetz. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Unternehmen aufbaust und du verdienst mit diesem Unternehmen Geld und auf einmal geht dieses Unternehmen den Bach runter, das heißt, das Unternehmen vielleicht findet keinen neuen Kunden mehr oder du findest einfach keinen neuen Kunden mehr, dann ist es natürlich so, dass du irgendwann auch bei 0 Euro stehen kannst oder vielleicht sogar Verluste machst. Und bisher hatte ich noch nie einen Mord gehabt in meiner gesamten unternehmerischen Laufbahn, wo ich einen Verlust gemacht habe, wo ich auch sehr, sehr glücklich darüber bin. Ich hatte auch natürlich jetzt außer im ersten Jahr auch wirklich keinen Monat, wo ich gesagt habe, oh, da war es ganz, ganz knapp und da hätte ich fast einen Verlust gemacht. Natürlich im ersten Jahr wirst du nie so extrem viel verdienen. Bloß nicht vergessen, als Unternehmer hast du halt einfach kein Auffangnetz. Und genau deswegen ist es so wichtig, meines Erachtens, wirklich hart zu arbeiten, durchgehend zu versuchen, mehr Geld zu verdienen und auch, sage ich jetzt mal, diese Fähigkeit zu entwickeln, Geld zu verdienen. Das ist meines Erachtens das A und O. Denn der fünfte Punkt ist natürlich auch kein Mindestlohn. Ich sehe immer wieder Leute, die auf die Straße gehen und schreien, wir wollen einen höheren Mindestlohn oder wir wollen zumindest in unserer Arbeit 20% mehr oder 5% mehr oder 30% mehr und so weiter und so fort. Und das soll jetzt nicht heißen, dass das irgendwie falsch wäre. Klar, höhere Löhne sind immer schön und ich kann mir gut vorstellen und ich kann nachvollziehen, warum Leute höhere Löhne haben wollen. Bloß gerade als Unternehmer hast du halt einfach keinen Mindestlohn. Es kann gut sein, dass du manchmal einen Lohn von vielleicht einen Euro hast pro Stunde. Es kann aber auch andere Zeiten geben, wo du vielleicht dann 10.000 Euro die Stunde verdienst. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich immer ungefähr einen Lohn pro Stunde habe, wenn ich das mal ganz so hochrechne, von vielleicht 170 Euro pro Stunde, wenn ich 24 Stunden am Tag arbeiten würde. Wenn ich das Ganze runterrechnen würde auf vielleicht die Stunde, die ich tatsächlich arbeite, vielleicht 14 Stunden ungefähr, dann wäre das vielleicht 200, 220 Euro oder sowas pro Stunde, die man praktisch derzeit verdient. Das heißt, ich muss halt immer darauf achten, dass ich ungefähr auch in dieser Richtung meine Zeit einteile, dass ich also weiß, dass ich ungefähr auch so viel in der Stunde verdiene. In deinem Fall natürlich musst du schauen und anfangen, wie hoch dein eigener Mindestlohn ist. Nämlich wenn du zum Beispiel eine bestimmte, wenn du Essen auf den Tisch bringen musst und du musst eine bestimmte Summe an Geld verdienen, weil du eine Familie hast, dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht zu sagen, gut, ich habe halt meinen Beruf und nebenbei baue ich mir noch ein Unternehmen auf. Und vielleicht nicht alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, so, Beruf weg, ich werde jetzt mich nur noch aufs Unternehmen konzentrieren. Das ist in den meisten Fällen nicht besonders sinnvoll. Dann der sechste Punkt ist keine gesetzliche Vorsorge. Das gilt natürlich für solche Dinge wie in die Rentenkassen einzahlen und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, dass ich kein großer Freund vom deutschen Rentensystem bin und ich glaube, dass es da noch einen gigantischen Crash geben wird, weil einfach der Staat zu viel Geld auszugeben hat, zu wenig zurückgelegt hat. Das System praktisch wie ein Pyramidensystem ist bis zu einem gewissen Grad, wenn Leute halt einzahlen und dabei sein zu können. Und es einfach zu wenig Leute gibt, die einzahlen. Nämlich, ich kann mir gut vorstellen, dass eines Tages wenig der Staat sagen wird, okay, wir können noch ganz, ganz wenig auszahlen oder wir können gar nicht mehr auszahlen. Genau deswegen bin ich sogar ein großer Freund davon zu sagen, versuche wirklich selbst vorzusorgen. Sei es nun, dass du dir dicke Goldbarren in Safe legst oder sei es nun, dass du praktisch ein Haus kaufst oder sei es nun zum Beispiel, dass du wirklich Investments tätigst, weil meines Erachtens ist ein Haus nicht unbedingt ein Investment. Gold übrigens, naja, beim derzeitigen Anstieg von Gold, kann man, naja, Gold schon auch als Investment bezeichnen vielleicht. Naja, das ist jetzt mal so dahingestellt. Aber zum Beispiel, wenn du in Aktien investierst, ein diversifiziertes Investmentportfolio hast, dann ist das eine bessere Vorsorge, als das Geld dem Staat zu geben. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung, was das Ganze angeht. Dann, der siebte Punkt ist natürlich sehr hohe Steuern. Gerade wenn du in Deutschland lebst, wirst du dich dumm und dämlich an Steuern zahlen. Nämlich beispielsweise, wenn ich euch sage, dass ich, sagen wir mal, in der Woche, weiß nicht, 7000 wieder mit meiner Kindelagentur verdient habe, was ich ja vor ein paar Tagen in dem Video sagte, nicht vergessen, ich zahle ziemlich genau 45% Steuern. Ich bin ledig, ich, wie gesagt, habe den höchste Steuersatz. Ich zahle mich dumm und dämlich, was das Ganze angeht. Heißt also, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich würde jetzt, das ist eine theoretische Summe, sagen wir mal, ich würde in Anführungsstrichen nur 10.000 Euro Mord verdienen. Dann nicht vergessen, da würden ungefähr von diesen 10.000 Euro, würde ich mal sagen, 30, 35% abgehen. Das heißt, es sind vielleicht nur 6.500 Euro. Davon geht noch Wohne runter, ich wohne in Berlin, das sehr teuer ist. Dann geht vielleicht noch Krankenversicherung und so weiter und so fort. Ich verdiene mehr als 10.000, aber natürlich nicht vergessen, wenn es jetzt zum Beispiel auf 50.000 sind, zahle ich natürlich auch einen höheren Steuersatz. Nämlich dann kann es sehr gut sein, dass ich beispielsweise bei 50.000 Euro gerade mal vielleicht 30.000 übrig habe. Und übrigens, ich hatte auch schon Monate, wo ich weit mehr als 50.000 verdient habe. Dann kann es natürlich auch gut sein, dass du wirklich von dem Geld, das du verdienst, ungefähr die Hälfte abgibst. Weil nicht vergessen, ich zahle natürlich auch den Höchstsatz an Krankenversicherung. Ich zahle derzeit 802,59 Euro, glaube ich, für meine Krankenversicherung. Das heißt, das sind im Jahr ungefähr 10 Riesen, die ich dafür ausgebe, krankenversichert zu sein. Klar, viele sagen jetzt vielleicht, wer hat doch privat krankenversichert, stimmt, müsste ich vielleicht mal machen. Bin derzeit auch noch gesetzlich krankenversichert. Heißt also, bei mir ist es ungefähr so, dass die Hälfte von meinem gesamten Einkommen weg ist. Dann der achte Punkt ist natürlich Ärger und Strafen. Du wirst vielleicht Angst haben vor irgendwelchen Abwanderanwälten. Du musst darauf achten, dass du deine Datenschutzbestimmungen einhältst. Und so weiter und so fort. Es gibt einfach viele Dinge, die man falsch machen kann. Und da muss man sich halt richtige Hilfe holen. Ich zum Beispiel habe richtig Anwaltsvereine, die sich da um mich kümmern. Ich habe bestimmte Berater, die mir helfen. Ich habe Datenschutzexperten, die für mich arbeiten. Und so weiter und so fort. Die sind alle nicht festangestellt, bloß ich zahle dennoch horrende Summen dafür, dass sie, wie gesagt, die Arbeit für mich erledigen. Dein neunte Punkt ist natürlich Verantwortung. Gerade wenn du Mitarbeiter hast oder grundsätzlich, sag ich jetzt mal, Leute um dich herum hast, die von dir abhängig sind. Das kann die Familie sein, das können, wie gesagt, Kinder sein, das können Arbeitnehmer sein, mit denen du halt zusammenarbeitest, oder Freelancer. Das können alle möglichen Leute sein. Und du hast natürlich auch eine gigantische Verantwortung für dich selbst. Das heißt, alles, was du tust, wird auf deine Kappe geschrieben. Und dazu gehört jede richtige und jede falsche Entscheidung. Heißt also, du musst einfach lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und vor allen Dingen, du musst mit Verantwortung umgehen können. Und das ist eines der Sachen, die viele, viele Leute unterschätzen. Nämlich Verantwortung bedeutet nicht nur, dass du dich, sag ich jetzt mal, für andere Leute interessierst und probierst halt, das Beste für dein Umfeld zu schaffen, sondern es bedeutet einfach auch, dass du jegliche Regeln einhältst. Dass du wirklich verantwortlich für alles bist. Und das kann halt sehr, sehr schnell, sehr kompliziert werden. Und vor allen Dingen, es gibt so viele Regeln in Deutschland. Es gibt so viel Bürokratie. Du kannst eigentlich gar nicht alles wissen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen wie so ein Minenfeld, wo du probieren musst, dass du ja nicht auf eine Mine trittst. Und dann natürlich der 10. Punkt, ist definitiv Hater. Ich habe auch meine Leute und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute meinen Content nicht mögen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn Leute beispielsweise sagen, Leon, mir gefallen deine Videos nicht und mir gefallen deine Kurse nicht. Oder ich bin unzufrieden mit einer Leistung. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich bin die letzte Person, die da sagt, du hast nicht recht. Ich bin deine Person, die sagt, wenn du dich tatsächlich, sag ich jetzt mal, wenn du sagst, dass es dir nicht gefallen hat, dann ist das deine persönliche, subjektive Einschätzung. Das ist vollkommen in Ordnung. Bloß, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute habe, die mir irgendwelche Drohungen schicken und so weiter, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache. Und sowas natürlich hatte ich auch schon. Bei mir ist es immer so, ich reagiere auf solche Dinge nicht unbedingt. Oder wenn ich reagiere, dann bin ich, wie gesagt, auch nicht unbedingt der netteste Mensch, was es ans Ganze angeht. Und vor allen Dingen weiß ich immer, dass ich am längeren Hebel sitze. Man muss einfach lernen, mit den Hatern umzugehen. Und ich meine, wenn es irgendwann mal wirklich richtige Bedrohungen sind, dann muss man sich auch einfach sagen, okay, dann geht man halt zur Polizei. Und ich weiß, ich bin normalerweise eine Person, die nicht unbedingt über all diese Themen hier spricht. Ich bin eine Person, die nicht unbedingt immer das Negative beleuchtet oder grundsätzlich nicht das Negative beleuchtet, weil ich glaube, dass viele Dinge vielleicht, ja, so sind, dass man davor zurückschreckt, obwohl man davor nicht zurückschrecken musste. All diese Probleme, die ich euch jetzt gerade hier gezeigt habe, sind einfach Probleme, die man auch lösen kann. Und vor allen Dingen, du wirst mit der Zeit besser. Du wirst am Anfang noch nicht dich mit all diesen Dingen auskennen. Du wirst am Anfang noch nicht besonders viel Geld haben, um Anwälte zu bezahlen. Du wirst am Anfang vielleicht nicht auch deine ganzen Pflichten wahrnehmen können, weil du einfach nicht alles über diese Pflichten weißt. Mach dir keine zu großen Sorgen. Wenn du richtige Berater hast, sei es zum Beispiel ein Steuerberater oder zum Beispiel einfach Leute hast wie mich, die du mal fragen kannst. Wenn du eine Person hast in deinem näheren Umfeld, die das alles schon mal durchgemacht hat, dann, wie gesagt, unterhalte dich mit diesen Personen. Versuch, wie gesagt, von anderen Leuten zu lernen und du wirst dann auch alle von diesen Problemen hier meistern. Aber gut, das war es nun heute hier für dieses Video. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht mehr besonders viele von solchen negativen Videos machen. Es macht mir im Echtzeit nicht besonders großen Spaß, so etwas zu machen. Aber ich glaube, es ist natürlich einfach notwendig für viele von euch, damit ihr einfach mal einen wirklich realistischen Blick auf den Bereich Unternehmertum bekommt. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Ich danke euch. Untertitelung des ZDF, 2020